Hallo Leute und willkommen zurück zu Statistik. Dieses Mal geht es um gekoppelte Zufallsexperimente, hört sich erstmal furchtbar eklig an, aber es ist eigentlich eine schöne Gelegenheit für mich, euch das Ganze praktisch zu zeigen, was hier so passiert. Ich nehme jetzt mal gerne als Beispiel einen Würfelwurf. Ja, dann fangen wir hier oben an. Ihr seht, ich benutze ein ganz anderes Programm. Und ich bräuchte einen Pfeil bitte. Oh, geil. Nein, nein, definitiv nicht geil. Okay, ihr interpretiert jetzt bitte das hier als Pfeil. Ich will jetzt nicht jedes Mal da ein paar Sachen dran machen. So, und jetzt hätte ich ganz gerne einen sogenannten Baum, wie das alles verteilt ist, beziehungsweise wie ich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen kann. Das wird vor allem für die Gymnasiasten, die hier vielleicht auch zu gucken, hoffentlich, wenn nicht, zeigt es ihnen, das Video und schickt es weiter. Für die wird es besonders hilfreich sein. Deswegen, ja, also wir wollen einen Würfel haben. So, Start. Hier fängt man an. Gut, hier ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass wir kleiner als zwei würfeln. Okay? Zum Beispiel für Pen & Paper könnte man das gut benutzen. Jetzt haltet ihr mich sicher für ein Nerd. Nein, das war nur ein praktisches Beispiel. Kleiner als zwei. Gut, okay. Wir haben zwei Möglichkeiten zu würfeln. Ja. Und wir haben insgesamt sechs Möglichkeiten, äh, wir haben sechs Möglichkeiten, was wir werfen können. Wir haben zwei, die wir haben wollen. Also zwei durch sechs, also ein Drittel. Jetzt wird es nicht so ganz so schön mit den Formeln, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Dafür gibt es einen geilen Baum. So, ähm, das wäre quasi das, was wir wollen. Und das hier wäre das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht größer als zwei werfen. Größer als zwei werfen würde bedeuten 3, 4, 5, 6, was, ähm, logischerweise zwei Drittel ist. Ähm, da merkt man dann auch schon wieder, zwei Drittel plus ein Drittel ist eins. Uh, wer hätte es gedacht. Gut. Ähm, und dann kann man hier eben die Wahrscheinlichkeit eintragen, ähm, was man hier für eine Wahrscheinlichkeit am Ende hat. Nämlich ein Drittel. Im Moment ist es noch recht einfach, aber wartet es ab. Das hat es in sich. Also, eigentlich hat es nicht so in sich. Eigentlich ist es sehr anschaulich und sehr schön. Ähm, gut. Dann haben wir hier wieder, äh, mehrere Möglichkeiten. Wir wollen nämlich zweimal hintereinander. Also, das ist jetzt quasi für unseren ersten Wurf. Das ist der erste Wurf. Von unserem Würfel. Ähm, hier ist die Seite, also nach rechts bedeutet, wir werfen größer als zwei. Hier bedeutet, wir werfen eine zwei oder eine eins. So. Und jetzt geht es aber natürlich noch weiter. Wir wollen noch einen zweiten Wurf haben. Das ist der zweite Wurf. Und, ähm, hier kann ich jetzt auch wieder solche Pfeilchen oder einfach nur Striche machen. Ähm, genau. Und wir wollen nochmal kleiner als zwei werfen. Beziehungsweise wir wollen uns, äh, ausrechnen, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir zweimal kleiner als zwei werfen. Und, ähm, da funktioniert das genau gleich, wie hier oben auch, nämlich ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass wir das schaffen. Hier natürlich auch, weil hier ist ja dasselbe. Auch wenn wir hier eigentlich schon gefehlt haben, vielleicht wollen wir ja nur einmal von zweimal das werfen, ne? Das wäre dann diese Seite hier. Ähm, und hier haben wir, wie wir im ersten Wurf schon mitgekriegt haben, eine Zweidrittel Wahrscheinlichkeit. So, und jetzt kommt die Magie. Ähm, wenn ich hier den Baum einfach runterlaufe, hier trage ich das ein, was ich hatte. Also Start ist 1. Und hier habe ich ein Drittel. Also, ein Drittel mal 1. Und hier nehme ich einfach diese ein Drittel von hier oben. Die hier. Ups. Nein, böse. Die ein Drittel vom ersten Wurf mal die ein Drittel vom zweiten Wurf. Und was ist ein Drittel mal ein Drittel? Naja, das ist ein Neuntel. Das heißt, ich habe ein Neuntel Wahrscheinlichkeit, zweimal hintereinander eine 1 oder eine 2 zu werfen. Das ist jetzt nicht gerade viel, ne? Ähm, und dass ich das erste Mal eine 1 werfe und das zweite Mal größer als... Äh, das erste Mal eine 1 oder eine 2 werfe und das zweite Mal größer als 2, also 3, 4, 5 oder 6 werfe, ist dann ein Drittel mal zwei Drittel. So, ein Drittel mal zwei Drittel ist bekanntlich zwei Neuntel. Ähm, und ich mache hier einfach mal weiter. Ein Drittel mal zwei Drittel hatten wir gerade, ist auch zwei Neuntel. Also, dass ich... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich zuerst eine 1 oder eine 2 werfe und dann größer ist dieselbe Wahrscheinlichkeit, ähm, wie das, dass ich zuerst eine, äh, größer als 2 werfe und dann eine 1 oder eine 2. So, und hier haben wir dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir jedes Mal größer als 2 werfen. Das ist dann zwei Drittel mal zwei Drittel, also vier Neuntel. So, und jetzt können wir uns aus dem zweiten Wurf hier, ähm, lustig zusammenrätseln, was wir haben wollen. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir zweimal eine 1 oder eine 2 hintereinander werfen, ist ein Neuntel. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einmal davon eine 1 oder eine 2 werfen, ist dann eben, also wirklich einmal, ohne dass uns interessiert, ob es der erste Wurf oder der zweite Wurf ist, ist dann halt zwei Neuntel plus zwei Neuntel. Ja, was ist das wohl? Das sind vier Neuntel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt zum Beispiel, ähm, ja, zweimal größer als zwei werfen, also echt größer als zwei werfen, ist dann halt vier Neuntel. Und das Ganze macht es halt relativ anschaulich. Wenn ihr nicht weiterkommt, dann, ähm, schaut einfach, dass ihr so ein, euch so einen Baum aufzeichnet, und, ähm, anhand des Baumes dann vielleicht euch weiterhangeln könnt. Also wirklich eine coole Sache, muss ich sagen. Gut, ähm, das war's dann auch schon wieder dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das Ganze mal ein bisschen anschaulicher gemacht. Und ich hoffe, ihr zockt jetzt alle beim nächsten Mal, keine Ahnung, Siedler spielen oder sowas, alle Leute ab, weil ihr wisst, was am wahrscheinlichsten ist. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.